Vor über einer Woche hatten wir sie angekündigt, die große Hitze-Glocke über Spanien und Portugal mit Temperaturen um 40 bis 45 Grad. Mittlerweile ist sie angekommen und wie damals schon angedeutet, zieht sie langsam Richtung West- und Mitteleuropa, erreicht in diesen Stunden Teile Frankreichs und wird wahrscheinlich zum Samstag, Sonntag ihren Höhepunkt bei uns hier in Deutschland finden. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Wir schauen uns mal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch an und wir sehen so ganz langsam griecht hier die große Hitze von Spanien, Portugal Richtung Südfrankreich. Bei uns dagegen ist momentan noch angenehmes Sommerwetter angesagt rund um das Hoch David. Das bringt auch heute wieder recht viel Sonnenschein und zwar von der Nordsee bis zum Bayerischen Wald, von der Ostsee bis zum Schwarzwald recht viel Sonnenschein. Ab und zu ziehen mal ein paar Wolkenfelder vorüber und die Temperaturen erreichen an den Küsten Werte um die 20 bis 22 Grad, sonst im Norden und Osten 25 bis 27 Grad. Und in der Landesmitte und im Süden, da erreichen wir 28 bis knapp 32 Grad. Es gibt also heute wieder stellenweise einen Hitzetag. Die Nacht zum Donnerstag ist wechselnd bewölkt, teilweise auch klar. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 17 bis 11 Grad zurück, also nicht mehr ganz so kalt wie die vergangenen Nächte. Und der Donnerstag ist ja morgen teilweise ein Feiertag. Frohen Leichnam 26 bis 32 Grad werden erwartet. Dazu 13 bis 16 Sonnenstunden, vielleicht zum Abend mal über den Mittelgebirgen hier und da ein kleines Wärme- und Hitzegewitter. Am Freitag ebenfalls sommerlich warm, 25 bis 31 Grad. Im Norden ein paar dichtere Wolkenfelder, vielleicht abends hier und da kurze Gewitter. Wie gesagt, das Ganze immer noch sehr warm, 25 bis 31 Grad. Und dann könnte es eben sehr heiß werden zum Samstag. Da schwappt die Hitze aus Frankreich nach Westdeutschland. Temperaturen dort 30 bis 35 Grad, ansonsten 27 bis 31, 32 Grad, viel Sonnenschein. Und der Sonntag vermutlich, je nach Wettermutter, gibt es da noch Unterschiede. Auch noch teilweise sehr heiß, besonders hier im Osten des Landes bis zu 37, 38 oder 39 Grad. Vielleicht auch knapp an der 40 Grad Marke dran, aber ob 37, 39 oder 40 Grad, auf jeden Fall ist es so oder so verdammt warm. Und später zum Abend kann es einzelne kräftige Schauer und Gewitter geben mit Starkregen, mit Hagel und mit stürmischen Böen. Wie es danach weitergeht, ist auch noch völlig offen. Kommt der große Temperatursturz, bleibt es sehr heiß. Ich habe mich mal für den Mittelweg entschieden. Normales Sommerwetter, 23 bis 32 Grad am Montag. Und der Dienstag könnte uns dann weiterhin sehr freundliches Wetter bringen bei 24 bis 29 Grad. Aber da sind eben Sonntag, Montag, Dienstag noch große Unsicherheiten mit dabei. Und da bringt es auch überhaupt nichts, immer den neuesten Modelllauf zu haben. Die Modelle springen momentan alle sechs Stunden hin und her. Da ist vielleicht der Lauf um 12 Uhr ungenauer, als der Lauf vielleicht eine halbe Stunde vorher gewesen ist oder sechs Stunden vorher gewesen ist. Es bringt überhaupt nichts. Es ist einfach eine große Unsicherheit mit drin. Und deswegen schauen wir uns auch gar nicht erst jetzt die Luftmassen mehr an am Wochenende. Wir warten noch ein bisschen ab. Wir gucken mal auf heute, auf heute Mittwoch auf die Höchsttemperaturen Richtung Frankreich zu unseren Nachbarn und nach Spanien. In Nordspanien selbst Temperaturen 40 bis 41 oder 42 Grad. Normal ist es so heiß eher nur in Südspanien. Im Juni sind ohnehin Temperaturen deutlich über 40 Grad rekordverdächtig, auch in Spanien. Die haben eigentlich erst die große Hitze Ende Juli bis August. Und ein Teil dieser Wärme und Hitze schwappt heute schon langsam nach Frankreich über. Hier teilweise 34 bis 38 Grad. Bei uns, wie gesagt, Temperaturen maximal am Rhein hier 30 bis 32 Grad. Wir schauen mal weiter nach Süden Richtung Spanien, Richtung Südspanien. Auch da ist es sehr heiß. Die ist komplett heute den ganzen Tag über verbreitet, mehr als 40 bis 42 Grad. Punktuell auch 43 oder 44 Grad. Und diese Hitze, wie gesagt, die ist sehr ausgeprägt. Seit Samstag ist es dort schon so heiß in weiten Teilen Spaniens. Also eine sehr lange Hitzewelle. Wie es bei uns weitergeht, dazu gleich mehr. Wir gucken noch mal auf den morgigen Donnerstag und wir sehen, die Hitze verstärkt sich noch mal über Spanien und auch über Portugal. Wirklich von Südspanien bis rauf hier nach Südfrankreich Temperaturen immer wieder um die 40 bis 41 oder 42 Grad. Damit einhergehend mit dieser Wetterlage haben wir auch mit einer hohen Sonnenbrandgefahr zu rechnen. Hier mal der UV-Index für Samstag. Hier ist Deutschland, der erreicht hohe Werte, teilweise sehr hohe Werte. Und hier von Südfrankreich bis in die Alpen extrem hohe Werte. Hier gibt es also eine sehr hohe Sonnenbrandgefahr in weiten Teilen West- und Südwesteuropas. Wie geht es nun weiter? Und diese Ensemble-Versage ist eindeutig. Sie sagt, wir wissen es einfach nicht. Wir müssen ehrlich sein, brauchen nicht zu spekulieren oder zu interpretieren. Da sehen wir mal, es geht rauf und runter. Das hier sind die zwei Meter Temperaturen für Norddeutschland. Und wir sehen nach dem Wochenende gibt es Berechnungen bis zu 35 Grad, aber auch Berechnungen knapp um die 15 Grad. Da kann man einfach keine eindeutige Richtung auslesen. Was relativ eindeutig ist, ist aber die Trockenheit. Die geht erstmal weiter. Da gibt es kaum Signale. Es bleibt trocken bis zum 19.20. Juni. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier ein Hin und Her, ein Gerausche ab Sonntag. Unglaublich. Temperaturen 20 bis 23 Grad in 1500 Metern Höhe. Im Westen des Landes, aber auch einzelne Läufe hier unten bei 0 bis 5 Grad. Eine Spanne von 25 Grad Differenz. Da kann man einfach keine seriöse Prognose abgeben. Seriös maximal hier bei den Regenfällen. Denn da ist einfach nichts. Nicht ein Lauf der Ensembles. Es sind 30 Ensemble-Mitglieder. Zeigt irgendwie Regen an. Erst ab dem 19.20. Juni gibt es wieder Niederschlagssignale. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier sehen wir diesen Wärmeberg in 1500 Metern Höhe. Das Mittel, die rote Linie, knapp unter 20 Grad. Das scheint jetzt ziemlich sicher zu sein. Aber dann dahinter eine ganz breite Streuung. Da kann man immer noch keine Prognose oder keinen Trend ablesen. Wird es kühler oder bleibt es doch heißer? Es ist einfach unsicher. Und wir schauen hier auf die Regenfälle. Die kommen frühestens ab 20.21.6. wieder in Gang. Wir schauen nach Süddeutschland bis zum 30. Juni. Hier auf die 2 Meter Temperatur. Auch da wird es wärmer Richtung Wochenende. Was danach passiert? Das Mittel sackt zwar ab. Einzelne Ausreißer bleiben oben. Und noch weiter unten, auch da ist das große Fragezeichen dahinter. Und die Niederschläge verschwindend gering bis zum 20.21.6. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Wir liegen zum Wochenende deutlich über dem Klimamittel drüber. Das liegt so bei 6, 7 Grad. Und wir landen so bei 18 oder knapp 19 Grad. Und der große Temperatursturz ist hier ausgebremst worden. Ganz langsam geht es runter. Aber mit großen Ausreißern nach oben über 20 Grad. Und auch Ausreißern nach unten bei 0 Grad. Auch hier ist die Unsicherheit ab Sonntagabend, Montag noch sehr groß. Und beim Regen gilt auch in der Landesmitte. Verbreitet trocken bis zum 20. Juni. Und was dann kommt, naja, da werden die Karten neu gemischt. Es bleibt also spannend. Und das war es vom Wetter hier bei wetter.net.